Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin und mein Gast heute wie angekündigt und ganz oft auch gewünscht, der Kabarettist Chin Mayer. Ich grüße dich. Hallo Tom. Chin, wir treffen uns manchmal zum Kaffee und unterhalten uns über Ökonomie meistens und diesmal dachten wir uns, lass mir die Kamera mitlaufen. Sehr gut. Und bei dir läuft sowieso den ganzen Tag hier schon die Kamera. Ja. Du hast Aufnahmen, deswegen hast du auch hier ein Kostüm an. Was ist das für ein Kostüm? Wir nennen es das Guru-Kostüm. Ich habe eine Rolle, den Guru Shri Chin Mayananda und der gibt halt auch auf seine eigene Art finanzielle Tipps für dich, mein Freund, weil du bist ein guter Mensch, mein Freund. Willst du kaufen eine Uhr? Ich habe eine günstige Uhr. Also der gibt irgendwie finanzielle Tipps und ist eine ganz unterhaltsame Figur und das ist halt das Kostüm, was wir heute dafür haben. Und die Sachen, die du hier aufgenommen hast, heute zum Beispiel, erscheinen dann auf deinem YouTube-Channel. Ja. Dafür machen wir jetzt mal ordentlich Werbung. Das ist Happy Geld. Lohnt sich zu abonnieren. Soll ich auch da oben hingucken? Ja, guck mal. Und du hast nicht nur diese Figur, natürlich auch deine super Hauptfigur. Meine Paradefigur, Steuerfahnder Sigmund von Treiber, genau. Und natürlich Chin Mayer selbst. Chin Mayer selbst, aber die Paradefigur ist jetzt unheimlich vielen Leuten bekannt, weil die Anstalt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die haben die Anstalt um dich herum gebaut. Kann das sein? Ja, das war sehr, sehr schmeichelhaft. Also die haben mich da wirklich zur zentralen Figur erhoben und es ging letztlich darum, dass eine Steuerprüfung stattfindet in der Anstalt und da haben sie halt diese ganze Thematik von Steuervermeidung und so dran aufgeknüpft. Das war sehr schön. Ja, gab es danach Rückmeldungen vom Publikum oder Mail zusandten. Es gab, es gab, es gab Rückmeldungen, es gab viele Mails, viele Leute sagten, es hat uns gut gefallen. Ich habe den Clip ja dann bei mir auf der YouTube-Seite, auf der Facebook-Seite dann auch irgendwie nochmal reingespielt. Und vor allen Dingen hat ja auch diese Aktion, die wir gemacht haben, Star Bucket Challenge, die dir wahrscheinlich auch was sagt, die hat eine ziemlich große Resonanz gehabt. Ja, absolut. Und immer noch. Ein Clip ist auch durchgegangen, das ist dieses Video. Das ist nachts irgendwie bei Starbucks vor der Tür. Wie kam die auf so eine Idee? Ja, wir fuhren auf dem Weg von einer Sendung zur Feier danach an einem Starbucks vorbei. Und es war nachts und der war natürlich geschlossen. Und da haben wir gesagt, schaust du, da hat unsere Aktion schon Erfolg gehabt. Also die Aktion war ja, dass wir, Starbucks ist ein Steuervermeider, die optimieren Steuern, die zahlen Steuern nur in Irland. Und wir wollten halt darauf aufmerksam machen, dass das nicht mehr geschieht. Und da haben wir gesagt, unsere Aktion war jetzt schon so erfolgreich. Das Ding, da haben wir uns davor hingestellt. Ja. Und na gut, das kann man ja in dem Clip sehen. Genau. Und haben gesagt, ey, das hat schon funktioniert. Also auf jeden Fall merkt man, dass ihr Spaß hattet. Wie ist es in dieser Ensemble-Arbeit, wie ist die Anstalt, also wie Max und Klaus das machen, wie ist das, wenn man da dabei ist? So ein bisschen, ich bin mir sicher, Zuschauer wollen auch wissen, wie so die Arbeit hinter den Kulissen ist. Das ist beeindruckend teamorientiert. Also wirklich toll. Das ist sehr, sehr, man wird da sehr aufgefangen. Die sind unheimlich freundlich. Man kann seine eigenen Anregungen reinbringen und Sachen ausprobieren. Und also das ist ein unheimliches, ja, das ist so ein richtig teamorientierter Prozess, der unheimlich dann quasi die Leute als Team funktionieren und dann lässt sich so ein kleines Kammer-Theaterstück bei rauskommt. Es wirkt, es geht irgendwie über den Bildschirm auf das Publikum. Also beim letzten Mal haben alle irgendwie geheult vor dem Bildschirm. Und beim vorletzten Mal, ich hätte nie gedacht, dass jemand in den Starbucks geht und sich einen Kaffee auf den Kopf schüttet. Und die Leute haben das in Unmengen getan. Das stimmt. Hättest du das gedacht? Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Irre. Und irgendwann war ja sogar noch ziemlich hohe EU-Politikerin da und hat gesagt, ich mache mit und hat sich irgendwie Kaffeebohnen zwar, aber auch Kaffee über den Kopf geschützt. Krass, krass. Ich habe dich so oft erlebt, ich habe dich noch nie müde erlebt. Ich habe dich nie irgendwie ruhig erlebt oder sonst was. Und du bist immer voller Energie und energiegeladen. Ich will nur wissen, wie du das schaffst. Ich versuche mich dann zwischendurch zu entspannen. Also es ist schon so, dass ich bin dann auch relativ diszipliniert, dass ich mich am Tag, meinetwegen 20 Minuten, mich einfach hinlege und mir dann irgendeine Beruhigungshypnose einspiele und einfach runterkomme und so eine kleine Power-Napping-Geschichte mache. Ich habe mich bei dir immer gefragt, wie kommt jemand dazu, Finanzkabarett zu machen? Was treibt einen dazu? Das ist letztlich, manchmal passieren ja Dinge einfach, weil sie so komisch passieren. Also, oder meistens passieren Dinge, weil sie so komisch passieren. Ich kenne nur Florian Schröder, der es werden wollte und es geworden ist. Alle anderen sind irgendwie ins Kabarett gerutscht, aber dann auch noch Finanzkabarett. Was passiert da? Ich wollte auch immer Kabarettist werden. Also ursprünglich wollte ich Musical-Sänger werden und habe dann auch Gesangs und so alles gemacht und war auch Musical-Sänger, aber ich habe gemerkt, die ganz große Karriere wird es wohl nicht werden. So, dann habe ich gedacht, mein Gott, was kann ich machen, was einen längeren Haltwerk hat, als irgendwie über die Bühne hopsen und dabei singen. Und dann habe ich Kabarett, ich habe schon immer so ein Faible gehabt, Sketche zu schreiben. Also ich hatte es gerade wieder in Klassentreffen und da haben alle gesagt, Mensch, wir haben doch damals diesen unheimlich lustigen Sketch gemacht, als wir Abi hatten, dass da, also ich war ein böser Bundeswehrgeneral, der irgendjemandem anschrie, dass er zur Armee gehen sollte, obwohl ich verweigert hatte. Aber irgendwie so, das war, und ich hatte schon immer so Sachen geschrieben und lustige Sachen gemacht und lustige Sachen geliebt und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich bin jetzt lustig, ich hatte Geld gespart, habe ich alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, bis das Geld alle ist, mache ich jetzt nur noch Comedy und Kabarett. Und dann lief das so einigermaßen und irgendwann kam eine Anfrage von einem Kabaretttheater namens Pomp, Duck and Circumstance. Hast du das mal gehört? Nee. Das ist so ein Gastronomie-Theater-Zelt, da gibt es vier Gänge und zwischendurch eine Show mit Artisten und Sängern und Clowns und halt auch einem Kabarettisten, der sollte eine böse Rolle sein. Und was gibt es für einen Gastronomen Böseres als Steuern? Und deshalb war diese böse Rolle der Steuerfahnder und so wurde dieser Steuerfahnder geboren, Sigmund von Treiber, wie ich ihn dann nannte, und den war sofort eine Erfolgsfigur in diesem Ensemble und dann habe ich den irgendwann rausgenommen und Soloprogramme damit gemacht. Du bist aber auch in einem früheren Leben mit Finanzen in Berührung gekommen. Was war das? Du spielst an auf den Werbespot von der Deutschen Bank. Ja. Wie, wie, wie. Ich kenne ja aktuell, die witzigste Werbung ist die Commerzbank-Werbung, wo die Mitarbeiterin joggt und sagt, die Commerzbank ist jetzt die ethisch-moralisch beste. Aber du für die Deutsche Bank, wie kam das? Du warst jung und brauchtest das Geld? Ich war jung und brauchte das Geld. Ich war Schauspieler und als Schauspieler kriegst du ab und zu so Werbecastings. Und ich ging immer brav zu diesen Werbecastings hin und in ungefähr zehn Fällen wurde das nichts, aber vielleicht in einem davon wurde es dann doch was. Und so war das eben bei der Deutschen Bank. Die suchten also Leute, die aussehen wie Banker und anscheinend seh ich irgendwie aus wie so ein Banker. Und dann haben die diesen Spot gedreht, der hieß also Leistung aus Leidenschaft. Und ich war also mittendrin und hab irgendwie begeistert in die Kamera getan und sah so aus, wie jemand, der Leistung aus Leidenschaft bringt, weil ich auch das Geld brauchte, was das für mich verdiente. Aber irgendwann hat die Deutsche Bank dann nochmal nachgefragt, ob sie den Spot nochmal machen könnten. Und man verhandelt dann immer über sogenannte Buyouts. Was ist ein Buyout? Ein Buyout ist, dass du die Rechte abgibst, die du als Darstellender daran hast und dass die das dann verwenden würden für einen gewissen Raum, also geografischen Raum, also Deutschland, Europa, weltweit und für eine bestimmte Zeit. Und da haben die nochmal gefragt, ob die irgendwie, keine Ahnung, für zwei Jahre oder drei Jahre weltweit haben wollten. Und da habe ich mich erkundigt, was das kosten würde, wenn die das zahlen, was sie fair zahlen müssten. Und dann habe ich denen die Hälfte dieses fairen Preises, wie ich fand, genannt und seitdem nie wieder was von ihnen gehört. Also das haben sie dann quasi nicht gemacht. Es gibt über dich einige schräge Storys, alle werden wir nicht schaffen. Aber ich habe hier die November-Ausgabe von dieser wunderbaren Zeitschrift für Sie. Und hier sitzt Chin Mayer am Roulette-Tisch. Und ich habe erfahren, du hast professionell Roulette gespielt. Ja, das war so eine andere Geschichte, wo ich Geld brauchte. Wann war das? Das war in den 80er Jahren. Okay. Und ich bin damals halt, brauchte Geld. Und irgendjemand sagte mir, weißt du, beim Roulette spielen, da kommt nie mehr als zwölf Mal hintereinander eine Farbe. Und das hatte ich als tiefen Glaubenssatz verinnern. Ich dachte, und dann kann man ja, wenn man verdoppelt, man setzt, also du setzt fünf auf eine Farbe und dann kommt die nicht. Dann setzt du zehn. Und wenn du dann gewinnst, dann hast du immer noch fünf Gewinnen gemacht. Und so geht das mit verdoppeln, dass du immer irgendwann deinen kleinen Zusatzgewinn hast. Das ist ein langweiliges System. Es ist nichts besonders risikofreudiges. Aber das habe ich gemacht. Ich bin in den Spielmarkt spaziert und habe immer so geguckt, wo war schon dreimal hintereinander eine Farbe. Dann habe ich da entsprechend mehr reingesetzt. Wenn es nicht kam, verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Irgendwann hatte ich meinen Ansatz wieder raus. Ich glaube, es ist mittlerweile auch illegal, das zu machen. Aber damals halt noch nicht. Und ich ging dann immer am Abend mit so ein paar hundert Mark damals nach Hause. So 400, 500 für zwei, drei Stunden Arbeit. Das war in Ordnung in den 80er Jahren. Das war damals noch richtiges Geld. Und wenn heute 5.000, 6.000 Euro. Nein. Also es war gut. Und irgendwann, nach ein paar Monaten, kam dabei der Tag, wo 14 Mal hintereinander eine Farbe kam. Und ich merkte, dass mein Glaubenssatz mit der Realität nicht wirklich was zu tun hat. Und da habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, 3.000 Mark auf einem Batzen verloren. Aber wusste auch, okay, das funktioniert nicht mehr. Das kann ich jetzt stecken. Und hatte immer noch, wenn man das zusammenzählt, was ich dann im Laufe der Jahre erspielt hatte, war ich immer noch im Plus. Und das Geld habe ich dann irgendwann gespendet. Wunderbar. Es gibt noch die Geschichte von dir, da hattest du Geld. Und warst auch in den 80ern im Urlaub. Wir ignorieren das Telefonklingel jetzt, ne? Das klingelt gar nicht. Es rauscht. Du warst in den 80ern in Italien, richtig? Ja. Und hattest Geld. Und dann ist es eine coole Geschichte. Ja, genau. Ich sage immer ganz gern, ich habe quasi den Nord-Süd, die Transferunion als Erste ins Leben gerufen. Schon in den 80ern. Schon in den 80ern. Ich war sehr weitsichtig damals. Ich bin im Zug in Urlaub gefahren, Nacht zog von München nach Florenz. Und war in so einem Abteil. Und auf einmal werde ich geweckt von der Italienerin, die da mit mir ist. Und die rade brächte dann, dass irgendwelche Leute anscheinend reingegriffen hätten. Und meine Jacke hing an der Tür. Und die hätten da irgendwas rausgeholt. Und ich gucke nach. Geld weg, pass weg. Ich panique. Raus. Ich sagte, welche Richtung sind die weg? Und sie sagt, da runter. Und ich dann durch den ganzen Zug geschrien. Und mein Geld ist weg. Hilfe. Diebe. Hilfe. Also ich kann ja sehr laut sein. Ich habe wirklich Mörderrabatz gemacht. Und die Leute alle, ah, Ruhe. Und da habe ich Teiltüren aufgerissen. Spanner. Also es war richtig was los in dem Zug. Und irgendwann so am Ende, gegen Ende des Zuges, traf ich so zwei Gestalten. Und die sahen aus wie Diebe. Die waren klein. Die waren unrasiert. Die waren Italiener. Und ich war damals nicht wirklich klischee-resistent. Und habe gesagt, ihr habt mein Geld geklaut. Ich will das wieder haben. Und die sagten, nein, was für Geld? Wie, überhaupt nichts Geld? Ich sage, ihr habt mein Geld geklaut. Ich will das. Ich brauche mein Geld. Und die wurden unruhig, weil ich laut war und geschrie. Und ich schriebe immer, Hilfe, Schaffner, Diebe. Und sagten, hier, du willst Geld? Hier, hier hast du ein bisschen Geld. Hier ist Geld. Und das waren so Lirischeine. Und ich kannte damals den Kurs nicht. 10.000 Lirer oder sowas. Ich dachte, 10.000 Lirer. Wenn ich mir das so freiwillig anbiete, das kann nicht so viel sein. Und dann hielt dieser Zug an. Und die sprangen raus aus dem Zug. Und zwar nicht auf der Plattform, auf der Bahnsteigseite, sondern auf gegenüber, auf der Gleisseite. Und das war ein kleiner Bahnhof. Und sind dann weggerannt. Und ich sofort, ohne nachzudenken, hinterher. Und habe die dann eingeholt. Bin dann richtig, war schnell. Habe sie zur Rede gestellt. Und die dann so, ja, Geld. Und ich sage, ihr, das ist nicht fair. Ich habe für dieses Geld hart gearbeitet. Und ihr nehmt mir das einfach weg. Das ist nicht fair. Ich will mein Geld wiederhaben. Und sagten sie, ja, okay. Und gaben mir die Hälfte meines Geldes wieder. 400 Mark, 18er Jahre, viel Geld. Wären heute 10.000 Euro. Egal, jedenfalls. Und dann dachte ich, Verhandlungen laufen gut. Ich mache noch ein bisschen weiter. Für die kriege ich alles wieder. Und dann sagte einer, Zug, Zug. Und ich denke, ja, wenn ich mich jetzt umdrehe zum Zug, dann ist er weg. Ich bin auch nicht doof. Und dann doch mal Zug. Und wirklich sehr eindringlich. Und ich gucke mich kurz um. Ich sehe, wie dieser Zug sich in Bewegung setzt. Ich dachte, scheiße, jetzt entweder mein Zeug und alles, was den Rest meines besitzt ist. Oder halt. Und dann bin ich da zurückgewieselt. Und habe versucht, diesen Zug zu kriegen. Hing gerade noch an der Tür. Aber dann war der schon so schnell, ich konnte nicht mehr rein. Und blieb da zurück und hatte halt meine 400 Mark. War barfuß in weißen Socken gewesen, die jetzt rot waren, weil ich mir über den ganzen Kieseln die Füße aufgeschnitten hatte. Brutal. Und habe dann, ja, letztlich kriegte ich mein Gepäck auch alles zurück. Und das war auch gut. Aber der Urlauer war ein bisschen verratzt, weil ich nur humpeln konnte und irgendwie auch sauer war, dass mein Geld weg war. Aber, das will ich sagen, man muss als Nordeuropäer auch ein bisschen was abgeben. Also, ich glaube, es gibt noch unzählige Geschichten. Man merkt auch auf der Bühne, dass du unheimlich viele Erfahrungen gemacht hast im Leben. Also, es macht auch Spaß, da zuzuhören. Wir würden uns nicht zum Kaffee treffen, wenn du nicht auch ein besorgter Mensch wärst, also der sich auch Gedanken macht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und gerade in deinem Bereich Finanzsystem und alles Mögliche. Du hast da einen Durchblick und wenn man so guckt bei dir, sieht man allerlei Bücher, wo du dich wahrscheinlich krass informierst. Ich komme aber zum Roulette zurück. Wenn man in so einer Spielbank ist, was sind da für Typen? Wer ist Spieler? Spieler, ganz oft sind das Süchtige. Also, das sind Leute, die können nicht anders. Die müssen da hin, weil da irgendein Kick ist. Und das ist häufig auch was ziemlich Freudloses. Also, man würde ja denken, ey, die gewinnen viel Geld manchmal, 100.000, 200.000 auf einen Schlag, weißt du, die springen auf und sagen, ey, ihr habt 200.000 gewonnen, los, Freibier für alle! Irgendwie sowas, ne? Die bleiben völlig apathisch letztlich schon fast. Also, es ist schon auch so ein bisschen eine gedrückte Bestimmung. Also, es ist einfach sehr konzentriert, sehr gedrückt und sehr gedämpft. Und so irgendwie... Jetzt will ich ja zu einer Parallele. Wenn man sich so die Finanzwelt anguckt und die Jongleure und die Leute, die mit Derivaten handeln oder was auch immer. Siehst du Parallelen zwischen diesen Zockern in diesem Casino und den Leuten in den Banken? Ja, also, man kennt das ja von Hoeneß. Hoeneß war ja auch letztlich spielsüchtig oder zocksüchtig und hat da hoch für bezahlen müssen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Leute, die in den Banken dann mit Milliardenbeträgen zocken und dann auch sehr viel Geld haben, dass die letztlich glücklicher sind. Im Gegenteil, ja. Also, das sind oft auch irgendwie... Da hinterstehen dann zerstörte Familien und zerstörte Freundeskreise. Also, was ich sagen will, Geld macht tatsächlich nicht glücklich. Es gibt anscheinend so eine Grenze, ich habe mal gehört, die liegt bei 60.000 Euro im Jahr, Jahresverdienst. Und alles, was da drüber ist, da trägt jeder zusätzliche Euro nicht wirklich zum erhöhten Glück bei. Und was aber zu Zufriedenheit und zu Glück beiträgt, sind Gesellschaften, die funktionieren. Also, ich habe das mal erlebt, das ist wirklich ganz traurig. Ich war in Argentinien. Und war eine Woche in Argentinien. Und in dieser Woche habe ich drei Menschen getroffen, die ermordet wurden, aus Geldgründen. Also, ich habe die nicht getroffen, die lagen nicht auf der Straße rum, sondern die Leute haben Leute erzählt von Menschen, die Familienangehörigen, die erschossen wurden oder ermordet wurden. Und ich traf einen sehr reichen Exildeutschen, der da lebte. Und sein Haus war eine Festung. Ja, also, du kamst in dieses Viertel rein, da war erst mal ein Wachposten. Und dann war dieses Haus irgendwie um 5 Uhr nach mir, das ging überall die Gitter runter. Und das Ding verwandelt sich in Gefängnis. Ja, also, du kommst weder rein noch raus. Es war wirklich mies. Und der war ein reicher Mann, und der hatte unten im Keller zerbeulte alte Autos stehen, weil er sich nicht traute, mit einem guten Auto durch die Stadt zu fahren, weil er Angst hatte, ausgeraubt und entführt zu werden. Also, ich würde sagen, das sind so Gesellschaften, wo so ganz wenige sehr, sehr reiche sind und ganz viele ganz, ganz arme. Da werden die Leute nicht glücklicher, sondern panischer, weil einfach der Wohlstand permanent bedroht ist. Und es ist auch mein Anliegen, dass wir in Gesellschaften leben, wo Solidarität einen Wert hat und wo wirklich es eine breite Mittelschicht gibt, die nicht irgendwie nach oben und sehr stark nach unten, wie es hier im Augenblick bei uns der Fall ist, erodiert. Besorgt dich das, was im Moment passiert? Ja, das ist keine gute Entwicklung. Also, da müssen, ich finde, da wird es höchste Zeit, dass da was gegen getan wird. Wenn es Geld nicht ist, was ist Glück, zumindest für dich? Glück ist innerer Frieden, Zufriedenheit. Das zu sehen, was man hat und zu sagen, das ist gut. Glück ist Stille, Glück ist Liebe. Aber vor allem ist Glück die Fähigkeit, mit sich selbst zufrieden zu sein. Wahnsinn. Und mir war es wichtig, auch das von dir zu hören und das es vor allem viele auch hören. Man sieht deine Paraderolle, man sieht auch Chin Mayer auf der Bühne, aber vermutet gar nicht, was für ein sanfter Mensch dahinter steckt. Du bist ja immer so, tut mir leid, aber du bist ja immer so, wow. Und das schätze ich sehr, vor allem, wenn wir unsere Gespräche führen. Hättest du eine Idee, was Menschen da draußen tun können, dass die Gesellschaft so dahin geht, wo du sie gern hättest? Ich glaube, das fängt immer damit an, dass man bei sich selber guckt. Also, dass man, ein Teil des Problems ist ja, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo wir immer alles und zwar möglichst sofort haben wollen und brauchen. Ein neues iPhone ist drauf und was machst du noch mit deinem iPhone 5? Hallo? Hey. Weißt du, zu denken, dass das ein Gerät ist, das irgendwie viel Geld gekostet hat. Also, gucken, was brauchst du wirklich? Was brauchst du wirklich? Brauchst du wirklich den Fernflug noch? Oder könntest du nicht auf der Strecke zwischen Berlin und Köln auch mal einen Zug nehmen und nicht einen Flug oder einen Bus? Also, wirklich die kleinen Dinge. Also, wirklich die kleinen Dinge, ja. Und dann natürlich auch dafür, also auf der anderen Seite irgendwie sich dafür einsetzen, dass halt die Sozialsysteme erhalten bleiben. Ja, dass die finanziellen Wohlhaberinnen sich entsprechend mehr an der Gesellschaft beteiligen. Dass Steuerflucht irgendwie eingedämmt wird. Dass, ja, also diese vielen Maßnahmen, Finanz- und Transanktionssteuer, dass einfach Sachen kommen, die einfach Sinn machen. Energiewende. Dass das einfach, dass wir einfach offen sind irgendwie, dass wir quasi gemeinsam in diesem Land, was ein tolles Land ist, weißt du? Ich habe viel in anderen Ländern gelebt und ich möchte in Deutschland leben. Ich möchte nicht irgendwie in Italien sein oder Australien oder Indien, wo ich auch lange Zeiten verbracht habe. Aber hier ist irgendwie, hier ist Heimat. Und ich finde, Heimat sollte man erhalten. Es sind viele Kabarett-Fans unter den Zuschauern, die in Deutschland leben. Und man kann dich in Deutschland erleben. Wie kommt man in deine Vorstellung? Wie kann man dich live erleben? Man kann auf meiner Webseite gucken. Die ist eingeblendet. Genau. Man kann auf der Webseite meines Managements gucken, ohrsart.de und man kann einfach darauf achten, ich spiele in den gängigen Kleinkunsttheatern, aber am effektivsten ist es wirklich zu gucken, wann spiele ich wo in der Nähe von wo du wohnst. Und wie gesagt, da ist die Seite meines Managements halt so ein Tool. Da gibst du einfach deine Postleitzahl ein oder gibst deinen Ort ein und dann kommt raus, wo ich dann in der Nähe spiele. Super. Ich habe es live erlebt. Es ist sehr zu empfehlen. Ich nenne mal zum Schluss noch drei Begriffe und bitte um kurze Assoziationen. Okay. Erster Begriff, Küssen. Sex. Okay. Zweiter Begriff, Sehnsucht. Sonne. Dritter Begriff, Wurzeln. Ich sehe meine Eltern. Also wenn ich an Wurzeln denke, denke ich an meine Eltern und ich denke an Norderstädte, wo ich aufgewachsen bin. Wunderbar, wunderbare Schlusswort. Ich danke dir sehr für das Gespräch, lieber Chin und vielleicht bald wieder. Gerne. Dankeschön. Danke auch euch, meine lieben Abonnenten und eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Super. Super. War okay? Ja, vielen Dank. Und bitte. Bitte. die mauer wieder kommt treiber die erste und bitte ein teuflischer plan der bundesfinanzminister plan regional steuern anzuhören wissen was das heißt reiche bundesländer können ihre steuern senken arme bundesländer müssen ihre steuer erhöhen ja bayern mutiert zur schweiz light hätten sie das gedacht wenn sie es jemals gedacht dass filling in schwenning ein steuerparadies wird